Ich starte wie meistens mit einem meiner Lieblingszitate von Ayn Rand. Dieses hier habe ich noch nicht auf der World of Value gebracht, aber an anderen Orten schon. Nämlich, wenn Sie, um etwas zu produzieren, die Erlaubnis von Leuten brauchen, die noch nie etwas produziert haben, dann wissen Sie, dass Ihre Gesellschaft vor dem Untergang steht. Und in jeder Runde, in der ich bin, wo viele Menschen beisammen sind, die ein bisschen über Geld verfügen, dann sind auch logischerweise viele Unternehmer dabei. Und jedes Mal, wenn ich frage, bitte meldet sich mal einer, der schon mal etwas produziert hat, ohne die Erlaubnis von jemandem gebraucht zu haben, der noch nie etwas produziert hat, dann rührt sich keine Hand. Und wenn ich das Experiment jetzt hier wiederhole, dann mit Sicherheit auch nicht hier. Und das ist unser Grundproblem. Und zwar deswegen, weil wir uns als freie Menschen in Abhängigkeiten begeben haben. Das betrifft nicht nur die Geldpolitik, sondern wir haben uns ein System gegeben, bei dem inkompetente Menschen, die nie in der Lage wären, etwas zu produzieren, uns zu erklären, wie wir zu produzieren haben, was wir zu produzieren haben, in welcher Menge, zu welchem Preis, ob wir es verkaufen dürfen oder nicht und an wen. Also was soll das, frage ich da. Und das ist ein Symptom. Das ist ein Symptom und zwar eines Verfalls der Gesellschaft, wenn Menschen, die inkompetent sind, Menschen, die kompetent sind, Vorschriften machen dürfen. Das sind Sie, die Menschen im Urlaub. Also alle Menschen, die Menschen muzeigen, ihnenw descend vielleicht auch einfach wissen können. Letzauşsessiness. Vielen Dank!